Warum ist die Reinigung mit unserem Kombi Niederdruckgerät so viel effizienter und hygienischer? Fangen wir an mit dem Punkt Hygiene. Die sauberste und hygienischste Art und Weise, Ihre Produktion zu reinigen, ist die Schaumreinigung. Deswegen reinigen Sie auch Ihre komplette Produktion immer zum Wochenende mit Schaum. Sie nehmen das Reinigungsmittel, mischen das richtige Mischungsverhältnis in Ihrer Schaumhexe oder Schaumbombe und schäumen einmal komplett Ihre ganze Produktion ein. Der Schaum hat die Aufgabe, den kompletten Schmutz zu lösen und sollte eigentlich nach der Einwirkungszeit nur noch abgespült werden müssen. So die Theorie. Jetzt wissen wir, dass der Schaum den Schmutz nicht immer zu 100% löst und normaler Wasserdruck nicht ausreicht, um den Schmutz einfach wegzuspülen. Deswegen muss man auch schon mal öfters mit der Bürste hinterher. Eine Alternative wäre, dass Sie theoretisch mit dem Hochdruckreiniger auch den Schmutz lösen könnten, sodass Sie keine Bürste mehr brauchen würden. Aber der Hochdruckreiniger würde erstens Ihre Maschine beschädigen und zweitens würde der ganze Schmutz durch die ganze Produktion fliegen. Nichtsdestotrotz ist es einfach die sauberste und hygienischste Art, so zu reinigen. Deswegen machen Sie das ja auch zu jedem Wochenende hin. Aber es ist einfach extrem aufwendig. Mit unserem Gerät ist so eine hygienische Reinigung täglich möglich, aber dafür zweimal bis dreimal schneller. Wenn Sie aktuell mit einem Bürste und Eimer Ihre Maschinen reinigen. Sie stellen in unser Gerät Ihr beliebiges Reinigungsmittel rein, in 20 Liter Kanister, ob sauer, alkalisch, alles was Sie wollen. Sie legen den Wählhebel auf, schäumen, schäumen die komplette Produktion ein, Tische, Wände, Maschinen, Böden, alles wird einmal komplett eingeschäumt. Unser Gerät dosiert das Reinigungsmittel automatisch zwischen 3 und 4%. Im Anschluss, nach der Einwirkungszeit, legen Sie den Wählhebel auf, klarspülen, wechseln einmal die Lanze, stecken die kurze Lanze drauf, die nur 20 Bar macht. Spülen einmal alles ab, die kompletten Maschinen, die Wände, die ganzen Kleinteile, die Tische, alles was Sie wollen. 20 Bar sind völlig ausreichend, um den Schmutz zu lösen, aber nicht zu viel Druck, damit Sie Ihre Maschinen beschädigen. Es fliegt kein Schmutz mehr durch die Gegend, von der einen Ecke in die andere Ecke. Wenn Sie für Ihre Böden oder Ihren rauen Schneidbretter etwas mehr Druck brauchen, nehmen Sie einfach die kurze Lanze weg, stecken die lange Lanze drauf, die macht 40 Bar und können damit alles wunderbar abspülen. 40 Bar sind in einer Fleischerei völlig ausreichend. Es ist genauso viel Druck, dass Sie jeden Dreck wegbekommen, aber nicht so viel Dreck, dass der Schmutz von der einen Ecke in die andere Ecke fliegt. Kunden von uns haben früher mit zwei bis drei Gesellen eine bis anderthalb Stunden täglich für die Reinigung gebraucht. Mit unserem Gerät braucht nur noch eine Person 45 bis 60 Minuten pro Tag. Das heißt, Sie haben eine Ersparnis von guten zwei Stunden pro Tag. Wenn Sie Interesse an so einem Gerät bekommen haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich an.